Die Firma Fendt bietet die komplette Produktpalette in Sachen Landwirtschaft an. Wie sich Fendt dieses Jahr dem Motto der DLG Feldtage widmet, genau da fragen wir jetzt mal nach. Pflanzenbau out of the box, das ist das Motto der diesjährigen DLG Feldtage. Und darüber sprechen wir natürlich auch mit der Firma Fendt, August von Borke. Der Firma Fendt steht jetzt mit mir hier. Herr von Borke, aber zunächst einmal, warum sind denn die DLG Feldtage so wichtig für Sie? Es liegt im Grunde schon im Namen, DLG Feldtage. Das heißt, wir sind draußen, wir sind auf dem Feld. Das heißt, wir können unsere Technik da zeigen, wo sie beheimatet ist, auf dem Acker. Ob wir das nun mit dem Traktor zeigen, mit einer Reifendruckregelanlage, ob wir das mit der Pflanzenschutzspritze zeigen, wo man wirklich die Düsen mal ein- und ausschalten kann, weil es nass werden darf oder weil wir eben hier draußen sind und unsere Landwirte begrüßen, sich irgendwie bei uns aufzuhalten, um eben dann wirklich auch draußen zu sein. Und deswegen sind die Feldtage der Treffpunkt für die absoluten Profis. Und da freuen wir uns, hier alle zu begrüßen. Ich habe das Motto der diesjährigen Feldtage ja schon angesprochen, Pflanzenbau out of the box. Wie interpretiert Fendt das denn? Wir als klassischer Maschinenhersteller können natürlich bei dem Thema Pflanzenbau nur geringfügig so richtig in die Kerbe reinhauen. Wir bieten neben dem Traktor als starkes Zugpferd für Anbaugeräte und intelligentem Zugpferd, sprich auch Datendokumentation und auch gewisse Auflagen, die wir darüber dann dokumentieren können. Aber eben auch das Thema Pflanzenschutz spielt eine große Rolle. Pflanzenbau out of the box bedeutet eben über den Tellerrand hinausschauen, was sind eigentlich die zukünftigen Herausforderungen. Und so präsentieren wir uns eben hier als starker Partner für andere Hersteller. Und welche Vorteile bietet mir als Landwirt die Firma Fendt? Die Liste ist lang. Aber grundsätzlich würde ich sagen, in erster Linie unsere bewährte Technik, ein Traditionsunternehmen aus dem Allgäu. Wir haben nicht nur sehr spritsparende Motoren, sondern auch sehr innovative Technik dabei. Wir entwickeln uns immer weiter. Wir schauen, dass das Thema Kommunikation und Konnektivität immer weiter erarbeitet wird. Das heißt, der Datentransfer von der Maschine ins Büro und zurück immer einfacher wird und immer besser sozusagen rüberkommt. Aber auch andere Mehrwerte, wie zum Beispiel das Thema der Nachhaltigkeit, was wir ja sehr stark in den Fokus rücken, wo wir eben sagen, was passiert eigentlich in Zukunft, wenn der Diesel nicht mehr so verfügbar ist. Elektrotechnik, Wasserstoff, HVO-Kraftstoffe, all das sind Themen, die wir eben stark verfolgen und mittel- und langfristig unseren Kunden natürlich anbieten wollen. Vielen Dank, Herr von Borke, für die ganzen Infos. Und noch viel mehr Infos gibt es hier bei Fendt am Stand GD05. Das ist direkt am Eingang Ost.